Dr. Christine Theis hat sich den Weltmeistertitel zurückerobert. Ist das wirklich das Ende ihrer Karriere? Alles hört irgendwann auf. Wird zu einem Teil deiner Geschichte. Du kannst dein Leben lang zurückschauen. Oder du steckst deine Energie in den nächsten Schritt. Dein Fokus verschiebt sich auf das, was wirklich wichtig ist. Heute Nacht war das Monster wieder in meinem Traum, Mama. Und was machen wir, wenn das Monster kommt? Wir kämpfen mit ihm. Genau. Wir besiegen es. Zusammen. Mein Weg ist noch nicht vorbei. Meine Geschichte ist noch nicht geschrieben.